Hallo, ich laufe gerade an einer Allee entlang, einer Allee, das heißt eine Straße und rechts und links sind Bäume und deshalb ist es eine Allee. Und du fragst dich vielleicht, warum sind hier keine Autos? Nun, es wird hier gerade wieder mal gebaut und deshalb sind hier keine Autos, nur Menschen und Radfahrer. Jetzt werde ich mal auf der Straße laufen. Ich laufe auf der Straße. Ich laufe auf der Straße. Einfach so. Na gut.